Ich stelle uns mal kurz vor, wir sind die Funky Mama Fire Crew. Das ist Manne Hanke aus Halle und Matthias Romier aus Nürnberg. Hey, wollt ihr eine coole Feuershow sehen? Dann geht am besten auf den Marktplatz, da läuft jetzt eine richtig gute Feuershow. Aber unsere ist auch, unsere ist gut, sehr gut, aber kann man auch gucken. Okay, die hinteren Leute, ihr könnt noch ein bisschen näher rankommen. Das ist gut für die Stimmung, für uns, für euch, für alle. Ja, jetzt lief hier immer so eine komische Musik, aber gleich läuft noch viel komischere Musik. Tja, fangen wir einfach an. Aber ihr müsst da hinten ein bisschen näher rankommen. Ich finde wirklich, das ist hier so eine Lücke zwischen den hinteren und denen, die hier schon ganz brav vorne in der ersten Reihe stehen. Ja, kommt mal ein bisschen näher. DJ. Ich mache jetzt aber keine Musik mehr, DJ. Ja, schon mit. Okay, fangen wir an. Ohne Helge oder mit Helge? Ohne Helge. Ohne Helge. Direkt, dann ist es Titel 28. Aber warte mal. Ich sag dir dann nochmal. Ohne Helge. Ohne Helge. Vielen Dank für die Funky Mama Fire Crew! Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank! 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 Vielen Dank!